hallo zusammen heute mal wieder ein blick auf die neu verlegten rohre im rosenstein park die wurden auch teilweise schon per foto auf facebook dokumentiert aber ich möchte trotzdem mal aufnehmen bis zu dieser stelle war es ja schon vor zwei jahren etwa gebaut und hier sehen wir die verlängerung und den abzweig hier und Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.